so und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen oder zur zweiten rp folge könnt ihr euch aussuchen wir sind mit schnuffi unterwegs und wollen heute mal richtig durch starten mal gucken was so los ist im revier ich habe dafür die 3006 dabei 45 70 und ja ich hoffe mal das wird heute eine ganz gute pisch erste folge wo wir richtig jagen ein bisschen was frei genau zeit wird noch umgestellt und dann kann es jetzt losgehen als erstes wollen wir mal hier und zwar sagt gucken da habe ich genau da bedürfnisgebiet naja ok das regel ist vielleicht jetzt schon weg aber hier zieht auch morgens gerne madame wird lang also ich denke mal da werden wir schon irgendwas gleich sehen und ich wünsche euch aber erst mal viel spaß beim zukommen das ist judele kleine planänderung ich bin mit nils jetzt unterwegs und wir sind von ricken umgeben würde ich sagen nils ja die da hinten auf dem weg die ist ja noch ruhig aber der rest hier ist ja noch ein bisschen links von der straße im bus die habe ich eben noch gesehen es sind mehrere bäume hier jetzt also die einzelnen der weiße die birke genau da sie geht jetzt kann der ddn die meine ich auch ja 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 und die auf der straße und dann links neben uns war gerade auch noch nennen da kommt auch noch was da rechts oben den könnte ich sogar rechts oben was ja rechts an den stein da er kommt nach vorne darf ich das ist ein böckchen das ist ein böck was für einer da aber jetzt aufmerksam ja dann warte ich hier suche mir eine rücke aus und dann schießt ja sagt wenn du kannst ja die stehen beide spitz von hinten ja zu not schießt einfach ja die recken wenn die anderen noch probieren ja die ist nur nervös ja ganz schön weit langsam ne ja so lange damit man kann das so guten küchen schluss probieren von hinten einmal durch meinst du ja wenn ich stehen bleibt ja das lass ja lass dir ruhig weiter wo hast du in deinem böckchen geschossen hier vorne direkt ja moin ok er hat dann kamen der steinmauer runter ich hab den gar nicht gesehen gut dass ich dich dabei habe weil er hast gesehen was für einer es war zwei ja gucken wir mal die tupäe an hier als pichter und 6 er hat er sammel auf ich trage ein und dann sehen wir uns gleich wieder du du musst ein bisschen ja da da kommen sie nach links zu gehen habe ich habe ich mir auch gedacht eben wenn dann würde ich sagen nehmen wir wieder den bock ne ja 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 okay warte mal und die ricke wenn das sie sonst laufen müssen aber auch gucken dass wir die sehen das ist wieder ein starker sechser dann nehme ich die ricke oder ja lass den bock noch mal ein bisschen breiter vielleicht ziehen oder ich kann auch spitz von vorne schießen ja jetzt steht er glaube ich ganz gut die 45 70 regelt würde ich sagen top ja zweite bock das läuft doch heute aber nur regel bis jetzt ne eigentlich ist ja auch viel damit aber du trägst ein als dokument ja ich möchte hat war gar nicht so schlecht kleiner gold bock hast ich trage ein und dann gucken wir mal weiter ich schießen dieses mal wieder ja schießt du mal den vierer den decken hirsch sagt wenn du bereit bist wenn er stehen wird dann ja spitz von hinten ja weiß ich müssen probieren jetzt dazu soll ich ja mach könnte ein bisschen zu hoch gewesen sein könnte ich glaube es war sogar ja glaube ich auch weil du mal schnell hinterher rennen vielleicht kriegen wir dann noch mal eine chance da geht du mal nach rechts ich gehe von links vielleicht sich hier links dann noch mal ja er war glaube ich einen tanken auswahl sind zu hoch ja ich sehe noch mal wenn ich ihn dann ja okay man wusste ja ist immer nach der war daneben er geht aber runter ja naja der war auswahl bis jetzt hoch ja ich baut er jetzt nicht und ansetzen glaube ich auch gar keine nachsuche draus machen ich weiß ja wohin ist dann wird dir das nicht als nachsuche angekreidet ja fuchs noch schon wieder im anschlag ja dann lasst er mal hoch gehen dann ist er glaube ich auch gleich sind dann doch nicht nur hier heute im video war aber es war ein dicker wirst ja ich diese neue lauf animation ich könnte mich ja tot lachen ja ist so das ist man ehrlich jägers hüttel so hier müsse da bis kabel ne 2 da und 2 ja warte ich würde ihn schießen ja mach du wechseln uns immer einfach ich bin auch zu hoch abgekommen ach scheiße ich bin auch zu haupt oder ja schieß jetzt suche erst mal den vierer hier nach ja ist ehrlich so jetzt muss ich hier noch nachsuche führer spielen und aber ich bin auch ich habe kein und dabei auch gut ja ich habe ich bin auch nachsuche führer aber ich würde jetzt nicht als nachsuche eigentlich eintragen ja finden wir das dass der das der zweier der zweier ist steht noch lebt ja dann lass lass jetzt erst mal wir müssen erst mal die beiden hüscheln lassen er steht da gerade breit oder wo ist er jetzt doch da er steht da breit ich sehe ihn nicht ich könnte ihn soll ich ist zwar ein bisschen da hinten hast du jetzt aber stein als kugelfang ne ja ja er stand gerade vorm stein von meiner sicht aus aber ich könnte warten bis er dran vorbei ist jetzt ist er dran vorbei ne warte ne bei mir jetzt nicht ich warte wenn er dann könnte ich ihn solch oder willst du mir ist egal ne jetzt trabt er da und geht da rein lass lass ja komm ist auch weit ne ja ja wir suchen hier den hirsch ja am besten so dass wir ihn nicht als nachsuche rein da unten leuchtet ein fuchs wo da unten äh 150 meter richtung äh osten ich könnte noch schießen noch hab ich kugelfangen da siehst du ihn ne absolut nicht aber vorsorlich wenn du willst ja absolut nicht gesehen wo du hinschelst wo bist du hallo ich bin hier einmal durch den busch durchgegangen oh ich finde ich da bist du wir wollen doch jetzt erstmal hier den hirsch suchen so jetzt wird nichts mehr angebleibt halt stopp oh da läuft jetzt auch noch ein rehbock ei 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 ich komme jetzt immer zu dir her wo bist du hier jetzt ehrlich ne ich habe mir den richtigen ausgesucht glaube ich wieso das schaffen wir wo ist denn ach ey ganz ehrlich mein fuchs der liegt aber das weiß ich auch wo der liegt sie brauchen nur den bock ach den die zwei hier schon ich lass jetzt schnuppen schnuppen ja mach doch was ich das zwar als nachsuche eintragen aber ist egal ja finden wir schon egal wo bist du schnuppen findet nicht mehr blut wo ist denn schnuppen jetzt da super jetzt haben wir auch mal den hund verloren hier ist schnuppen warte ich oder ne doch nicht ich dachte dass wir wo kann der denn also gleich haben wir das video voll so viel wie wir hier mit nachsuchen machen ehrlich dann dann suchen wir den ganz schnell nach dann ja die frage ist geht der jetzt auf den vierer oder auf welchen geht der ja er hat den vierer ja soll ich ihn aufsammeln wenn ich ihn sehe mach ruhig war ja kein kleiner ne ja ja mach ich guck einmal mal gucken vielleicht wir haben mal wo er liegt vielleicht dann sammle ich ihn auf hier liegt ja ja ok gut dann sammle ich ihn kurz auf also ja ja ich trage ihn dann schon mal ein ja genau mach das perfekt alter du bist aber auch also wir haben ja beide einen verschossen ne ja aber ich habe mich anstecken lassen ja 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 natürlich ja ein bisschen zu hoch auf gekommen weißt du dann genau zwischen wirbelsäule gekommen warte ich muss die nachsuche auch noch eintragen ich bin so zwischen die wirbelsäule gekommen ähm ja bevor ich es nachher vergesse wollen wir das schon mal so auf das war aber ein ganz scheiß schuss ich guck mal jetzt mal hier nach meinem soll ich eben einen fuchs einsammeln ja ich guck nach meinem hörschirm genau weil dann haben wir dann können wir gleich oder sollen wir da unten gleich weiter gehen weil da ja noch der rehbock war ja ich guck erstmal nach dem hörschirm entweder du kommst mit ja ok ich weiß auch nicht was ich da gemacht habe ja ich bin ganz kurz wieder da ich bin kurz im kopf jaja oh sehr gering so ein scheiß hier ist er auf jeden Fall oh irgendwo ja ich komm hast du ihn? ich komm nicht drum rum ich muss ja auch nachsuche glauben ja ok äh maurice ich hör ganz kurz den fuchs und dann wäre der junge hier einmal kurz weg dann äh mach das mal der ist in der ist dann gleich wieder da perfekt der muss kurz einmal ein bisschen sich den bauch voll schlagen ach so eine kehrung ja genau jo perfekt mach das er hat mich dann extra schon mais hingelegt ja für die schweine ne ja damit die schweine schon dick werden weiß ich immer noch mein junge oh man ey ich bin gleich bin ja ne so kannst du auf den fuchs erst mal liegen lassen wenn du willst ja ok ma ich dann ich komm dann gleich wieder dann ja geh mal ne kerrung ja kerrung bestocken mach ich bis gleich bis gleich so äh hier muss er aber auch langsam liegen ja wollte gefunden wo hab ich so ein rot oh man naja ok gut haben wir den jetzt auch ich geh mal zu denen rüber und guck mal was da los ist aber da brauchen wir nicht noch aufnahme so so leh ich hab hier den fuchs gefunden ja war ein ganz guter schuss hat er hier getroffen hat er auch nicht spritz von hinten geschossen das ist nur eine anzeige kann ich euch sagen ähm sollten sie vielleicht auch mal beheben ja fuchs weiblich ne 4 liegt und nehmen wir an trage ich ein und dann würde ich sagen war es das für die erste richtige folge und zweite rp folge insgesamt ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ja denkt an like und besten auch abo und dann sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder wahrscheinlich knüpfen wir direkt an dieser stelle an wenn die jetzt wieder von der kerrung da ist und dann gucken wir mal was es noch so geht also macht euch noch einen schönen tag haut rein ciao